Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde Skywars auf dem Ipixelser, weil wie ich es letztes Mal gesagt habe, das war nicht gut in solchen Runden. Und ich nehme die jetzt ungeschnitten auf, das ist auch nur eine Runde. Immer nur eine einzige Runde. Wisst ihr wieso? Weil ich keine Zeit habe in der letzten Zeit. So, dann erstmal ein paar Dinger wegwerfen. Oh, das ist Eisen. Oh, das ist eine Eisenspitze. Hoffentlich gibt es hier Dings, Diamanten. Natürlich nicht. Wie dumm war die Frage von mir. Ich lasse den sich jetzt erstmal rüberbauen. Spasti. Hat den einfach rübergekickt und gebracht. Okay, ich baue mich jetzt sicherlich nirgendwo rüber. Weil, das ist keine gute Idee. Wie ich gesehen habe, ist der eben auch daran gestorben, sich rüberzubauen. Ich baue jetzt schnell. Ja, genau. Ich habe geknieft. Das ist, das ist immer so, das ist immer so fün... Ich habe eine neue Runde Player gehen, Leute. Eigentlich wollte ich ja nur eine Runde aufnehmen. Eine einzige Runde und da mal was schaffen. Aber ich habe vorhin ganz viel geübt. Vielleicht hat mir das was gebracht. Ich habe ein Killer in der Zeit gemacht. Ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht immer mit solchen Sachen. So, jetzt erstmal etwas anziehen. Die Lederhelm, den Hesli. Dann auch irgendwelche Drohnen hier. Nee, okay, dann gehe ich in den Keller runter. Das, 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 okay, ja, ja, Prost. Ich habe gerade was gedacht. Wenn die kommen, Alter, dann wäre ich so tot gewesen. So, jetzt mal. Was ist denn jetzt passiert? Boah, nee, den kann ich nicht töten. Aber was hat der gemacht? So, da komm doch rüber, du Loop. Komm doch. Okay, mir ist schon gut, wenn er nicht kommt. Das wäre purer Selbstmord. So. So. Wie soll ich denn den killen, Junge? Was war das? Was ist das immer wieder für ein scheiß Geräusch? Du Scheiße, der Typ hat einen Bogen. Kann das sein? Dass der Typ einen Bogen hat. Junge, der Typ hat einen Bogen. Goldapfel. 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 So, der kommt mit nem anderen. Snack ich mir den. was hell warte mal der hat ja noch 5 aber 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 ich finde auf dem Gommen-Server sind Skywars-Folgen immer länger und lebendiger tut mir leid dass ich das sagen muss also Leute das nächste Mal spielen wir wieder auf dem Gommen-Server in der 1.8 endlich mal endlich mal endlich mal so dann lasst ein Like und ein Abo da das war jetzt nur eine ganz kurze Folge heute kommt vielleicht noch eine längere ne morgen kommt eine längere Folge Skywars aber die muss ich dann erst noch aufnehmen ja also dann lasst ein Like und ein Abo da es wäre nett und bewertet mal wie ich das mache und so ob ihr meine Folgen toll findet und so also dann tschüss bis zum nächsten Mal auch die und so